Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Scribble.io Die Folge, die wahrscheinlich die letzte für Mano sein wird. Zusammen mit Palette. Hi! Zombie. Hallo. Und Menjul. Hallo, tschüss. Diese Folge wird ausgesponsort von Shisho Akkabane, Dennis Altun, Julia La Scala, denn die haben uns eine Liste erstellt. Und zwar Geografie. Ich weiß nicht, wie gut diese Idee ist. Entweder die Folge geht instant vorbei, oder es wird lustig, oder... Oh, ich wurde gekickt. Ich hab Griechenland getippt! Ich hab auch Griechenland getippt! Leute, reiß euch doch zusammen! Das war's! Ich hatte was. Ich hatte was. Ne, das merkt ihr euch, oder? Dass ich was hatte. Habt ihr es erkannt? Ja, ich hab Griechenland getippt als Erster. Und warum war ich gekickt? Weil Paluten und Mano dich gekickt haben. Nein, Leute! Nein. Das gefällt mir die Runde. Jetzt bleib ich. Also, ich sehe, ihr habt alle null Punkte. Okay, Leute. Bitte? Das war Russland, achso. Oh, Mann. Hattest du die Zähne grad schon eben, Manu? Nee, aber ich hab Zähne. Hä? Hab ich den Hang nicht gesetzt? Hä? Doch. In der private room. So, wir reißen uns jetzt mal schön alle zusammen. Nein, sag das nicht, damit promozierst du's. Nein, ich werd nicht mehr Vogue Kick machen. Okay, okay. Ich verspreche's dir. Es tut mir leid, es war ganz lustig. Okay, aber ihr habt die Option jetzt. Es ist die Essenspyramide. Ich weiß nicht, wie man das schreit. Oh, Gott sei Dank. Richtig. Alles ob. Wir haben eine Runde vollendet. Nein, nein, nein. Samuel, bitte. Bitte. Ich weiß, Manu kannst dich nicht zusammenreißen, aber du kannst das. Ja. Erbser. Nee. Okay, grüner Mensch. Shrek? Mit. Nee, ich mach's weg. Warte, warte, warte. Hier. Wo lebt Shrek? Das war ein Virus. Was ist Shrek? Gratia. Gratia. Ist das nicht wahr? Gratia. Wo sagt man Gratia? Ich dachte, das wäre Französisch. Brum, brum. Ich liebe meine Auto. Brum. Ich liebe Fahrrad. Ja, Italien. Warum ist er denn in Warni gegangen? Warum ist er denn gegangen? Ach, das war Italien. Ich hab nicht mal Jenny und Ferrari gemalt. Das kann man doch erkennen. Das Lied hat mich so paralysiert wieder. Ja, das war schlecht. Ich dachte, das wäre Französisch. Ja, aber... Ey, wenn das jetzt Französisch war, dann reicht's aber. Nee, ist nicht so. Ich schreibe einfach alles auf, was mir einfällt. So, so und... Ach, so. Ich hatte zweimal Schweiz zur Auswahl gerade. Ja, das ist ein Teil von mehreren Leuten. Oh Gott. Okay. Also, wir haben hier die Welt. So, da ist der... Oh, ja, okay. Alles klar. Also, ich hab ein sehr hohes Bildungslevel, was das angeht. Okay, auf jeden Fall geht's um das da. Was? Oh. Kamel, hast du nicht auch Plague Inc. gespielt? Ah. Nee. Das ist das Land, was irgendwie nie befallen wird. Er hat Nein gesagt. Ja, ist mir egal. Jetzt weiß das. Grönland. Ja, richtig. Ja. Ich gebe es doch ein. Ach so, schreibt man das. Was machtest du denn? Ich weiß nicht, ich klinge so polisch. Grönland. Hm. 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 Ich mag mein... Grönland. Japan. Richtig. 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 Hä? Pfff. Ach so. Nein, doch nicht warten. Ich will doch jetzt nochmal hier jemanden malen. Der zunimmt wartet auf dich. Ah, nee, wartet falsche Farbe. Harry Potter. Nein. Was ist das? Der ultimative Grill. Ach so, ich verstehe, was du darstellen willst. Komm, tipp doch. Nee, ich will, dass er den Job weiter malen. Ja, ich hab jetzt fertig. Kannst du... Boah, das war ein guter Trump. Jo. Pff. Uau. Sag mal. Würde mal... Ach. Griechen. Griechen. Was? Brot? Grataria. Ja, langes Brot. Sehr langes Brot. Grataria. Ach so. Oh. Warum singen meine alle Länder gleich? Ja, aber am Anfang hab ich das falsch gesungen. Ich bin das wirklich französisch-Schwane, was ich glaube. Dann bist du für mich gestorben. Sag mal, was ist denn jetzt? Ich mische zu Hause ab und ich gestorben. Ja. Trotzdem kommst du immer. Maske ich. Ich, ich, ich bin's. Ein Soft-Eis. Oh Gott, das ist gruselig. Ist halt echt ein Soft-Eis, lol. Warum ist denn so schlecht gelaunt? Das sehen die gar nicht aus. Oh Gott. Mexiko? Ja, da war ich schon. Ach. Hawaii, lol. Hawaii schreibt mir zwei I, aber das ist auch nicht. Ah, ich weiß. Wow, was eine Beleidigung. Ich wollte sie besser malen. Ich wollte sie besser malen. Es tut mir leid. Warum denn nicht einfach Wodka? Oh mein Gott, was ist das denn? Das fühle ich jetzt einfach. Hä? Japan? Das ist genauso dumm, wie es gerade aussieht. Ach so, das sind zwei Wörter. Wahrscheinlich hat das Komma irgendwie gefehlt. Vereinigtes Japan. Nein, das ist so dumm, wie es gerade aussieht. Was? Ja, komm hier einfach ein, ne? Ach, Schmellerja. Mein Lieblingsland. Frankreich Japan. Kriege ich hier nur in den Urlaub hin? Als ob ich auch. Frankreich Japan Baguette ist das Beste. Okay, warum ist da ein Strich? Warum ist da ein Grill? Ist das ein Grill? Nein, 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 nein. Doch, das ist wieder ein Grill. Mit dem Schwanz. Nein, nee, warte. So ein Goku? Eine Spinne. Nein, 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 nein. Das ist aber so ein Goku. Die Sonne, in Braun. Nein, nein, das ist... Was ist das? Es ist ein Tier. Es ist ein Tier. Ich weiß jetzt die Knie. Nee, und warte. Das ist... Und das... Nee, das ist ein Tier. Und das ist jetzt... Oh, wie macht das? Und das ist... Eine... Na, was ist das so? Vom Ding her? Das ist... Ein Stein. Das ist überall Wasser. Und das ist dann eine... Ja, richtig, Zombie. Und das ist... Was ist das für ein Tier? Atlantis. Das ist ein... Der ist uns sehr ähnlich. Ach so. Ein Affe? Ja, richtig. Und wer sind... Was ist das Vorurteil? Nee, Madadaskar ist es nicht. Hätte ich aber auch falsch geschrieben. Was nennen die Deutschen immer die, die ich meine? Ja. Hab ich noch nie mitbekommen. Wem, wen mein? Wimsel, Affen, hast du noch nie gehört, das Wort? Nee. Was? Doch, so sind die... Manche... Alter. Inselaffen. Nee. Was? Du bist viel zu exotisch, Mauderdo. Hier, wer ist hier... Wer hat so eine tolle Krone? Mr. Morgan? Mr. Morgan? Wer ist schon 100 Jahre alt? Wer ist schon 100 Jahre alt? Gott's helfe! Was? Wie kommst du denn auf... Was? Das muss ich jetzt mal... Inselaffen. Darüber. Du nennt man die? Ja. Wie kamst du mir drauf, wenn er das noch nie gehört hat? Ach, was ist Insel war? Insel und Affen. Ich hab's einfach zusammengesetzt. Ein Kontinent? Was? Eine Atombombe? Welches ist denn... Mehr muss ich eigentlich nicht malen. Irgendwas mit Land am Ende. Ballouden ist einfach so gebildet? Ja. Das war ich noch in die Trikos. 74, 92, 92. Ernsthaft? Wir alle... Also in Deutschland hab ich gerade gar nicht gedacht, was... Das ist das einzige Land, was Fußball überhaupt juckt? Nee. Nee? Also Amerika ist ja so Ultra-Football. Okay. Aber da ist Fußball auch... Aber es gibt auch... In Südamerika lieben alle Fußball. Europa ist Fußballverläufe. Das ist der größte Sport weltweit Fußball. Ich mein, klar wird es weltweit gespielt, aber so... So wirklich so Ultra-Hype ist doch nur Deutschland. Andere Länder haben doch auch Handball und so Geschmarrn. Nee, aber Brasilien ist ja komplett im Fußball-Hype. Da Brasilien, daran hatte ich gedacht. Frankreich ist komplett im Fußball-Hype. Spanien. Nee, England hat doch Football auch, oder? Ach, die haben... Wenn, haben sie ein bisschen Rugby. Ja, Rugby. Aber nee, Fußball, das ist die Wiege des Fußballs. England, da wurde das erfunden. Die Leute, die... Absolut Fußballverrück. Was ist das, Modern? Soll Europa sein, erkennt man doch. Was ist das? Stimmt, ist ganz gut. Vor allem in Italien. Ich weiß nicht, wie rum die Flagge ist. Es tut mir leid, alle, die da herkommen. Oh Gott. Da, da ist... Das ist... Ja, genau. Blau-Weiß-Rot-Flagge. Ah, ich bin gut. So, und dann ist hier... Hä? Hä, das hab ich doch gerade eingetippt. Pol? Nee, 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 nee. Polen ist... Warte, da ist noch irgendwas drüber, glaube ich. Und das da. Da sind die so... Da ist so ein Typ. Äh... Könnt nicht zur EU. Das Böse. Manu, ist für dich auch rechts von Deutschland einfach nur Russland? Ähm, ich öffne den Weltkarten und sehe einfach nur Fahbeln. Da sind diese drei kleinen... Ah, Russland war doch... In der Russ. Ja. Okay, Leute. Ja. Wie bin ich Zweiter geworden? Was? Ich war gerade Erster und jetzt bin ich Letzter? Ich bin raus. Eure Palette. Der ist... Der einfach... Die Städte und die Länden... Äh, die stillen Länden. Die weiß ich. Okay, Leute. Das war's. Mit Geografie. Oh. Und... Schaut bei den anderen vorbei. Bei Zombie gibt's Animal Crossing. Bei Paluten gibt's GTA. Und den Spaghetti-Simulator. Wow. Bei Manu gibt's auch GTA. Und... Und Animal Crossing. Animal Crossing, als ob. Tschüssi. Tschüss.